So Leute, Peace. Ich sag euch was. Ich glaub einige von euch haben meine Politik verstanden, ja. Ich glaub für meine Politik hab ich vielleicht ein paar Anhörer, die das vielleicht gefällt, aber das werden vielleicht nicht viele sein, ne. Aber viele werden sich auch das angenommen haben, was ich erzähle, weil sie damit auch glauben werden, dass es wahr ist, was ich erzähle, ja. Und sehr sehr viele Sachen, die ich erzählt hab, sind wahr, ja. Vergleichen wir das mal zu meinen Arbeitskollegen, zu den, zu den, die Leute, die in den Kanzleramt sitzen, ja. Die machen auch wieder eine Politik, aber das ist wiederum eine ganz andere Politik, ja. Also wir sind unterschiedliche Politiker, ja, aber Regierung gleichzeitig, ja. Von den Sachen, die ich raushau, ist natürlich ganz anders, als wie das, was die raushauen, so ungefähr, ne. Ich erzähl so mehr über Tatsachen und Fakten und vergleiche mal mit dem, was früher war, was heute ist und warum man es unbedingt von früher nicht ändern muss und zum Beispiel wieder heute wieder einbringen könnte oder so zum Beispiel, ne. Und ganz viele Anhaltspunkte hab ich gegeben, wieso manches vielleicht nicht so schlimm ist oder so, ne. Ja, und wie gesagt, meine Politik braucht keine Wähler, ne. Und, ähm, meine Arbeitskollegen, ich hab mir übrigens, weil die sitzen ja in Berlin, ich bin ja ganz woanders und ich hab mir übrigens jetzt, weil ich die sonst nicht erreiche, von Wagenknecht und von den Olaf Scholz und von, ähm, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall von drei Stück hab ich mir jetzt noch ein Autogramm bestellt, ne. Ja, und auf der Ausschüttung verzichte ich sowieso, ne, da brauch ich keine Ausschüttung mehr und, äh, lohnt sich auch nicht mehr, was wegzuschütten, ne. Genau, und, ähm, ich bin froh, wenn ich ein paar Zuhörer gefunden hab, ja, die das mitmachen und die dann auch stolz auf mich sind, ja, wie ich das alles so manage, ja, und, ähm, gleichzeitig vielleicht auch noch, ähm, sich die Frage stellen, wieso, macht er denn so eine Politik und die dann, und die so eine Politik, widerspricht sich der irgendwas, mal Vergleiche ziehen, widerspricht sich der was oder wo habt ihr das meiste Vertrauen, in mir oder in den, mal genau die, äh, Schickung machen, ja, die Überlegung dazu, ne. Also, danke, Leute, fürs Zuhören.